Warte, wir schauen mal. Ich meine das ganze erste Faust. Ich schiebe bei Stefan. Steh früher. Da hat man sich ja denken, die gestört wird unterwegs. Nix. Freit habe ich, dass du deinen Motorhandboden poliert hast. Nicht so geringend. Warte mal schauen, wer kommt. Na, guck keiner. Weißt du, wenn du mit dem Auto fährst, hast du wenigstens Aufnahmen, die dir ein bisschen schneller sind wie sonst. Wenn du mit dem Michi Auto fährst, dann hast du ein paar was wackeliger sind wie sonst. Ja, du wolltest nicht den Werkauskopos erwähnen. Deswegen höre ich mich da an, dass das nicht so eine Zeitdecke ist. Jetzt musst du bitte dokumentieren, du sollst gleich beim Anziehenkauf aus dem ganzen Grafen da vorbeifahren. Aber ich glaube, die Engelkosten soll das auf dem Wiedersicht heilschlicht. Kommt sich auch gut. Schau, wir sind da aufladen. Ja. Werbung, 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 Werbung. Ja, hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Davor musst du mal stehen bleiben. Dann schauen wir mal links und rechts. Das hilft mir nicht so gut, ich sehe nichts. Da oben geht's. Da oben geht's und unten soll die Versicherung. Eigentlich nicht. Ich suche von der Fahrt fahren. Ja, das ist mir gut geriert, das passt. Immer beachte die Tafel, die Forststraße. Ach so, jetzt kannst du dir selber mit Gasse, ne? Jetzt wird es spannend. Was ist denn da auf von der Milchhülle oder was? Das sind die Polen die Wetterblätter. Die Hüsten zieht oder? Die Musik vermisst du im Pass. Aktuelle Geschehnlichkeit, 2,3 kmh. Schaut da draußen, hat das Schildkröten überholt. Mit dem muss ich am Dachsicht passen gut zusammen an. 2,3 kmh. Zungen lasse ich es nicht, aber 2 kmh passen. Der Milch ist angespannt. Das war kein Auto, aber der Akkischel auch. Schaust die Kamera durch heute? Ja, die hält jetzt schon. Die draußen soll die Action-Kamera sein. Das heißt, der Fox-Truck-Strauss steht vorne. Ja, der Fox-Truck-Strauss steht vorne. Ich bin unkonzentriert gewesen. Ich bin nicht unkonzentriert. Ich bin ein bisschen besetzt vorne aus der Welt, besser wie es heißt. Klasse, oder? Das muss ich aber hier in den Traktor machen. Ja. Ich glaube. Passt du dich aufholt und dort schlauere Raafen, Trattarrenner, vier Straßenbolzen. Ja. Da kannst du mir Silly aushelfen, gell? Also auf der anderen Seite macht das Auto nichts anderes, als wie es krabbt sich jetzt einfach da durch den Wald dort. Jetzt muss ich den Weg ein bisschen anebenen, dass man etwas besser wird. Eventwann einmal, ja. Du meinst, bei der dritten Runde fahrmachst du einen 100er, oder? Ja, 80. 80, okay. Ja, aber hinten die Nullweg. Du glaubst, du brauchst das schön. Irgendwie fühle ich mich fast abölgerührt und nicht geschüttet. Ja. Jetzt würde ich mich in die Mitte reinsetzen, zuerst einen Anpress auf der Hinterachse. Nicht zum Locken drehen muss ich mich so konzentrieren. Und größer bis Mittagraude. Dann können wir das mit den Dacia mal wiederholen. Mal schauen, ob du da herkommst. Dacia kriege ich da sicher durch, voll sicher. Der ist sogar ein bisschen übersichtlicher und wendiger. Der fährt da sicher durch. Das ist okay. Du meinst, deiner ist schon gerade zu groß, oder? Ja. Das ist kein öfteres Problem. Das gefällt mir an mich. In Aktion. Das ist ein Staudach. Ja, ja. Das ist der. Dort. Da war ein bisschen. Das sehe ich nämlich nicht rechts. Du siehst diesen Baumsturm rechts, oder? Ja. Warte mal. Meter Platz. Meter Platz. Ein bisschen darüber vorbei. Ein Kilometer Platz. Da können wir links drüben ausweichen. Das ist ein Baumsturm. So, jetzt sind wir auf den Autobahn wieder. Das ist mein Schlimmste hinter uns. Das ist dein normales Gemüse. Warte. Einmal ohne Kupplung geht weg, gell? Ich sehe, du hast deine Schweizer Duschenflex mit ohne Kupplung. Nein. Ja. Und ich habe letztens gewundert, warum ich immer mal Estrin stecke in dem Auto, auf dem ich da gefahren bin. Jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich warum. Gut so, dann kommt es auf der Kamera. Warte, dann schauen wir das mal. Ich habe es auf der Kamera, ganz sicher. Huh? Na gut, ich war ja gescheit, ich habe die Kamera mit einem Kabelbinder hochgestolzen. Haha. Guten Tag, traue. Ich meine, wir sind ja mit dem Kabel festmachen können. Ich habe sie gefahren, auf der Motorhaut. Oder nicht, dass du die ganze Zeit laufen hättest. Ja, das wäre keiner. Schlecher. Ja. Er kommt. Melkräder. Hörst du dich da mit einem Mal? Das ist schlecht. Nicht immer da rein. Kamera ist nirgendwo passt. Weißt du, dass das so arg ist? Hm? Weil da hinten reißt du fast das Handy aus der Hand. Haha. Wo du dann die ganze Zeit aufs Handy schaust, da wird auch schlecht danach. Mhm. Auf der Kamera sehe ich, dass es deutlich, dass das ein Weg sein kann. Du siehst deutlich, dass das ein Weg sein kann. Ungefähr. Ja. Was schön grün ist da. Das ist ein krasser Stein. Siege, du hast deine Tasche, die Schreiben haben wir nicht mit. Da kriegst du den Stein ein bisschen weg. Haha. Wir fahren in die Wildnis, Marie. Jetzt weiß es genau wie. Hinten darauf drüber blasen, ja. Hinten darauf ist mir wurscht. Da müssen wir drüber kommen, oder? Ja. Da war Luft geschafft, du musst du auch schaffen. Du siehst schneller. Wenn du den Traktor holen musst. Ja, ja. Du siehst schnell, wenn du den Traktor holen musst. Jetzt werden wir langsam vor tasten. Ausgetastet. Ausgetastet, ja. Das habe ich mir fast gedacht. Ist ein Zersperr. Nichts. Nichts da. Nichts geht. Nichts. Es ist nicht der Traktor. Kannst du noch für den Wall rausgehen. So ist es. Ja. Bestimmt. Wirst angestanden sein. Glaube ich nicht. Ist parkiert. Ist einfach rutschig. Ja. Ja. Kein Wunder. Aber es gibt ja keine. Ja. Kein Wunder. Kann ich nicht. Ja. 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 Scheiss Glas. Wenn man da 10 Knullfungen hat. Das ist nur Erde. Merde. Also hinten eine Schole, das ist doch nicht schlecht. Also in den Kindersitz gibt es meine Sitz, oder? Mit einem Fuss, ja. Mit einem Waschbocken. Oh boah, hast du jetzt einmal Ketten geschmiert, oder was? Der Ketten, aber du. Guckst du mal spätere Schärfe anziehen? Let's fahr! Oh, Sattgasse! Schon größer aus! Sack hinter der Gasse, ja. Raum? Siggi! Ha? Umbann! Tra-de-de-um-oh-ho-ho! So soll der kommis, sag ihr dumm! Guckst du mal kurz schon, undhänge kubbelung, oder? Guck! 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 Scheiß Rauchel. Sehr gut, weiter machen. So, wir müssen abziehen, Maik.